Hallo ihr Lieben, ich wollte mal kurz eine kleine Ankündigung machen und zwar habe ich mir überlegt, dass ich zu Halloween gerne mal etwas Neues ausprobieren würde. Auf meinem Kanal gibt es ja sonst eigentlich eher keine, sagen wir mal, Horrorspiele und ich wollte dann doch jetzt gerne mal zu Halloween eben ein Horrorspiel ausprobieren, auch wenn ich etwas Angst habe davor. Aber ich habe mal eine kleine Liste zusammengestellt, was da alles in Frage kommen würde, also Spiele, die ich selber besitze und ja, ich würde einfach von euch gerne mal hören, welches Spiel ihr denn gerne sehen wollen würdet. Also einfach nur kurz in die Kommentare schreiben, welches dieser Spiele euch am meisten interessieren würde und dann versuche ich das auch ab Halloween mit euch gemeinsam durchzuspielen. So, eines der Spiele, die ich ausgewählt habe, wäre das Spiel Narcosis. Das kann man, glaube ich, sogar als VR-Version spielen, also noch etwas schlimmer vom Horrorfeeling her. Und ja, es geht darum, es ist ein Survival-Horror und man befindet sich wohl als Industrie-Taucher in den Tiefen eines Ozeans, also unter Wasser. Und ja, wir müssen halt mit ein paar Ausrüstungsgegenständen überleben und schnell an die Wasseroberfläche kommen, bevor uns der Sauerstoff ausgeht. Und es soll wohl eine sehr drückende, horrormäßige Atmosphäre haben. Und ja, dadurch allein schon, dass man es wahrscheinlich in VR spielen könnte, wäre das natürlich schon ziemlich cool. So, das nächste Spiel auf meiner Liste ist Beer With Me. Nicht wirklich großer Horror, aber doch auch eine bedrückende, ja, doch eine bedrückende Stimmung. Und da geht es in diesem kleinen Adventure halt darum, dass wir das Mädchen Amber sind und gemeinsam mit einem Teddy unseren Bruder suchen, der wohl verschollen ist. Ein weiteres Spiel auf meiner Liste ist die Yomawari Night Alone, der erste Teil. Es gibt demnächst auch einen zweiten Teil, den könnte man dann halt gleich anschließen. In Yomawari geht es jedenfalls darum, dass ein kleines Mädchen und ihr Hund einen Unfall haben. Und auf einmal ist die ganze schöne Stadt, in der wir leben, ja, ein düsteres Abbild. Und überall sind bedrohliche Monster. Und es ist doch schon ganz schön, ja, nach Steam, nach den Trailern, die ich mir angesehen habe, doch schon ganz schön blutig und doch schon einigermaßen horrormäßig. Also wäre das auf jeden Fall auch ein sehr schönes Spiel, das man sich mal ansehen könnte. Das nächste Spiel auf meiner Liste, oh Gott, ein Spiel, das ich schon mal angefangen habe und tatsächlich nach ein paar Stunden abgebrochen hatte, ist The Evil Within, der erste Teil. Den zweiten kann ich mir leider nicht leisten, das müsst ihr nachsehen. Ich würde auch super gerne den zweiten Teil spielen. Der sollte ja bis Halloween sogar schon raus sein, aber ja, das lässt mein Konto gerade leider nicht zu. Aber wir könnten den ersten Teil uns nochmal gemeinsam anschauen, bevor wir uns den zweiten Teil angucken. Und ja, wer Evil Within nicht kennt, das ist das Horrorspiel schlechthin, würde ich sagen. Furchtbare Monster. Wir sind Sebastian Castellanos und müssen uns in einer albtraumhaften Welt, wo wir uns auf einmal wiederfinden, mit unseren Partnern ja irgendwie überleben, zurechtfinden und hoffentlich rauskommen. Also auf jeden Fall ein Horrorspiel der Extraklasse und das wäre doch was für Halloween. Ein Spiel, das ich bereits mal angefangen hatte und zwar zum Weihnachtsspecial ist Anna. Und da habe ich sogar die längere Extended-Version, also nochmal Gruselspaß. Ich weiß nicht, doch Horror kann man es auf jeden Fall nennen. Wir befinden uns da in einem verlassenen Haus und versuchen uns wieder an Dinge zu erinnern. Und ja, da wartet doch der ein und andere Gruselschocker. Ich habe mich da damals ganz gut erschreckt. Das wäre also auch etwas, das man durchaus nochmal spielen könnte. Ein weiteres Horrorspiel, das man mit Fug und Recht eines der geilsten Horrorspiele, glaube, nennen kann, wäre auf meiner Liste Outlast 1. Den zweiten Teil finde ich nicht so gut, aber ich würde auf jeden Fall Outlast 1 und die DLCs dazu gerne mal spielen, weil ich es selber mich noch nicht getraut hatte. Ich habe es bei Gronkhardt mal gesehen als LP und ja, das könnte man durchaus auch nochmal spielen. Da befinden wir uns in einer Psychiatrie. Und ja, eigentlich ist diese so im Großen und Ganzen verlassen, aber wird noch von ein paar seltsamen Insassen bewohnt, mit denen man nicht gerne zusammen in einem Gebäude sein möchte. Und deshalb wäre das auf jeden Fall allein schon von der gruseligen Atmosphäre her auf jeden Fall auch ein Spiel, das man zu Halloween mal spielen könnte. Das letzte Spiel, das ich auf meiner Liste, oder besser gesagt in meiner Steam-Bibliothek gefunden habe, wäre dann noch das ein wenig harmlosere Little Nightmares. Ja, das wollte ich auch gerne noch spielen, weil bisher habe ich da nur das LP von Gronkh gesehen mit dem Mädchen. Aber es gibt ja auch mittlerweile weitere Kapitel, also es gibt jetzt auch diesen kleinen Jungen. Und wenn wir das mit dem Mädchen durchspielen würden, könnten wir uns danach eben auch das Kapitel mit dem Jungen angucken. Und da hätte ich schon Lust drauf. Bei Little Nightmares geht es darum, wir sind eben dieses kleine Mädchen in einem süßen Regenmantel und müssen uns durch ein Gebäude, ich sage mal Gebäude, durchkämpfen, wo große Wesen uns auflauern und uns fressen wollen. Und wir müssen uns da eben rausschleichen. Ob uns das gelingt, werden wir wohl nur erfahren, wenn wir erspielen würden. Ja, und das wäre damit meine Halloween-Liste. Daraus könnt ihr euch gerne eins aussuchen und wir werden es dann spielen. Oh je, ich habe schon Angst. Falls euch noch andere Titel einfallen, die nicht so teuer sind, weil wie gesagt, mein Geldbeutel ist gerade nicht so der beste. Also falls euch noch günstige oder vielleicht sogar kostenlose Horrorspiele einfallen, dann könnt ihr mir die ja auch gerne noch in die Kommentare schreiben. Vielleicht findet sich da ja noch irgendein Leckerbissen. Und ansonsten freue ich mich schon auf Halloween. Mal gucken, was wir dann schönes spielen werden. Also bis dann!